Yo, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video der Sonne und Mond Spezialdemo und wir nähern uns jetzt mal dem dritten Tagesevent, denn wir haben die Aufgabe mit einem bestimmten Herrn den Geburtstag seines Pikachu zu feiern und hey, da bist du ja, hallo, wie geht's? Für die, die natürlich ihre Demo am 18. heruntergeladen haben, weil das Event gestern, für alle die, die später heruntergeladen haben, ist es entweder heute oder halt dann zwölf Tage nachdem ihr die Demo heruntergeladen habt. Aber ihr findet ja wieder, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Meine kleine Pikachu hat, hier hat, hier hat heute Geburtstag. Bist du etwa hier, um mit uns ihren Ehrentag zu feiern? Äh, ja. Oh, das freut mich. Alles Gute zum Geburtstag, Pikachu. Ah, alles Gute, Pikachu. Alles Gute, meine kleine Pikachu. Aber wie ein kleines Pikachu. Gut, es geht dir nun nicht mal bis zu, weiß ich nicht. Was? Warte mal, warte mal. Wie groß ist, warte mal, wie groß ist Pikachu? Wow, 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 ich muss das jetzt mal eben nachgucken. Nein, ich möchte nicht die Twitter-App öffnen, ich möchte eigentlich nur wissen, wie groß Pikachu ist. Weil, das geht dem vielleicht, weiß ich nicht, bis zum Knie oder so. Entweder ist der Kerl ziemlich groß, oder das Pikachu ist ziemlich klein. 40 Zentimeter. Warte mal, lass mal kurz gucken, lass mal kurz gucken. Das sind 30. Das sind 40. Ach du Scheiße, das ist echt nicht groß. Ach du Scheiße, Pikachu ist echt klein. Wow. Okay. Äh, naja. Danke, dass du mit uns den Geburtstag meiner kleinen Pikachu gefeiert hast. Uh, ein Duftpilz. Und für Leute, die nicht wissen, was ein Duftpilz macht. Einen Duftpilz. Einen Duftpilz. Einen Duftpilz. Kann man für 6.250 Poké-Dollar verkaufen. Also, so ein unnützes Item ist das absolut nicht. Das wird wahrscheinlich oft mit dem Minipilz verwechselt, der den, äh, Paras trägt. Aber ein Duftpilz ist ein sehr wertvolles Item. Also, habt es mal nur im Hinterkopf. Jetzt sind wir bei der, äh, wieder ein Jahr älter. Was, Pika Chika? Ja, Pika Chika ist wieder ein Jahr älter. Ja, das war's auch schon. Ja, wir sind beide wieder ein Jahr älter. Ist gut. Dankeschön. Es ist schön, dass du wieder ein Jahr älter bist. Hä, ist das der? Ist das der, der Mann, der, naja, ist auch egal. Na, was soll's. Auf jeden Fall war's das jetzt von dem heutigen Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, wie gesagt, denkt daran, der Duftpilz ist ein sehr wertvolles Item. Aber ist ja auch egal. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Event-Video. Was dann? Lass mich jetzt mal nachgucken. Das wäre dann, an welchem Tag? Bei mir? Bei euch wäre das dann der... 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 Fünfte, Elfte? Bei mir ist es dann der sechste Elfte. Aber... Wir sehen uns dann auf jeden Fall. Also, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Und... Tschau. Tschau.